Hallöchen, Puppechen und herzlich Willkommen zurück zu Let's play my quatsch Wir sind hier stehen geblieben in unserem Loch Ich war gerade Pinkel nebenbei Oh jetzt ist es gerade hell, das muss ich ausnutzen Weil ich musste nämlich ganz dringend mal Lulu Und in der Zeit lief das Spiel natürlich schön weiter Okay, wo rennen wir hin? Wir rennen da hinten hin, da sind Birken und so Hier ist ein Fichtenwald oder was auch immer Und dann bauen wir uns jetzt eine kleine, aber feine Oh Kuh, bleib doch stehen, du Sau Komm zurück Hast du Knochen? Ne Ich kann ja vielleicht auch nehmen Mann Auf was kann ich verzichten? Auf die Dinger, die sind schnell gemacht Was? Was ist das? Was sind das? Achtzintenfische Oh die sind sehr süß Na gut, auf jeden Fall Musik ist immer noch die gleiche hier von diesen Hitli Bros Mein Mensch Schnauze nervt mich ein bisschen Also nicht wundern, dass ich den hier zeige Das ist so der Finger Für den Fall der Fälle Ich muss sagen, die sieht niedlich aus Okay, wir gehen in Ach genau, meine Blätter wackeln nicht mehr Die sind immer noch Und so immer haben So ein bisschen rumschwingen Das machen die jetzt auch nicht mehr Und daher wegen der Ecke da unten Da unten Mal gucken, dass da irgendwie Licht hinkommt Da scheint es ein bisschen dunkel zu sein Ich habe jetzt hier zwar drei Lampen am Dreieck Aber die bringt es natürlich halt nicht ganz so Mal gucken, da kann ich mich dann irgendwann mal drum kümmern Solange es erstmal funktioniert Wie ich mir das vorgestellt habe Was es auch gerade tut Funktioniert es halt Ich bin ja schon mal froh, dass es überhaupt geht Und ich habe so viel Bullshit hier Was kann ich denn verzichten? Ofen brauche ich, das brauche ich Scheiße auf das Schwarzpulver Kann ich mir immer noch Wenn ich einen Creeper Vernichte Wir machen uns erstmal ganz Minecraft klassisch ein Bettchen Obwohl wir vielleicht, wenn wir mal Besuch haben Wäre vielleicht ein zweites nicht Ganz verkehrt Also gleich noch Drei Mett töten Nochmal 6 Und dann Pass das Ich bin so, hey Ich glaube, ich setze mir gleich so ein Base Cap auf Und dann Und dann Aber das könnte man eigentlich mal probieren Warte mal Gucken wir mal Bisschen promoten Bisschen 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 Währung machen Ich glaube, das ist so möglich Ah ja, oh, jetzt passt mein Kopf auf Jetzt verstehe ich mir mein Kopf auf, welcher Stufe war ich? Drei 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 Fünf Also Notiz Tagebuch von drei auf fünf Liebes Tagebuch Schön, dass du Werbung und so Nein Ähm Warum Habe ich jetzt Na gut, bringt es jetzt auch nicht wirklich viel mehr Aber egal, jetzt habe ich hier so was auf dem Kopf Auch genannt Kopfbedeckung oder Base Cap Oder Trucker Cap Wo ich den Trucker bin Was? Mit meinem LKW in Minecraft Wenn ich da mit dem Minecraft durch die Gegend krave Und ja Freunde, falls ihr mal Bock habt, könnt ihr mal bei Genlex LP vorbeigucken Ist auch so ein richtig verrückter, der macht zwar nicht ganz so häufig und regelmäßig Videos Also gut, ich mache jetzt auch nicht so regelmäßig Videos Wird sich aber höchstwahrscheinlich in naher Zeit erinnern Da kommt dann mal wieder ein bisschen öfter ein Video Wenn sich das dann erst so ein bisschen einpendelt Und warte mal, ich muss noch ein Stückchen Gehen die nicht noch höher? Nö Ist schon Ist schon das Schöste Okay, ist schon Was denn, was ist denn tot? Ein Schweinchen Eigentlich könnte man die sich gleich mitnehmen Ach, ich habe nichts Ach, schade Okay, meine Freundin wurde gerade Die spielt dieses Mist Oder so Mist oder wie auch immer Und die wurde gerade ausgeraubt Okay, wurde von Bär getötet Das ist natürlich noch besser Ach, Quatsch Wollte ich nicht eigentlich Kannste erinnern Ist gerade im Kreislauf oder so? Keine Ahnung Ist auch egal Ah, was läuft da? Ein Wolf Ein Wolf Noch mehr Schafloh Yeah Ey Ey, scheiße, ich bin jetzt wirklich im Kreis gelaufen, oder? Ist so traurig Oh, das Wasser sieht gut aus Nice Ey, ist Erde Ich dachte das ist Oder ist das vielleicht Ton? Ne, ist das Erde? Oder Dreck Ne, Erde heißt das jetzt Früher ist das Dreck Ich glaub's nicht Da ist schon das nächste Eingeborenen Dorf Also wir haben einen richtig guten Seed erwischt Mit dem, mit der super krassen Hardcore-Zahlen-Kombi von meiner Freundin Die hat da so ein Talent für Mit Zahn an den Kopf schmeißen Hätte ich jetzt Also auf jeden Fall haben wir jetzt schon mal wieder einen Schlafplatz organisiert Für die nächste Nacht Die gleich kommt Oh, hier ist sogar mit Weg, hallo Oh Ja, haben sie sich aber... Haben sie sich aber Mühe gegeben Was wollte ich denn jetzt auch? Eine Schaufel. Ach man. Ähm, ähm, so, genau. Okay, jetzt muss ich schnell machen, jetzt wird es nämlich... Okay, das ist eine Höhle. Okay, jetzt brauche ich die Fackeln sowieso wieder, aber jetzt, äh, ich bin Kunde, ey. Oh, schade, jetzt hat man gar nicht mehr Zeit hier mal das Dorf zu erkunden. Also entweder ist hier ein Creeper explodiert, oder... Okay, ne, ist einfach nur Scheiße. Oh, hallo, wer bist... Okay. Ähm. Sind das? Ah, okay. So, haben die hier wenigstens schon... Ah, ne, warte mal, ich gehe jetzt erst mal schlafen. Ach, fuck, der hat nicht meine Tür. So, ich gehe am besten nach... Entschuldigung, kommt die denn immer her? Die, die schillen hier einfach irgendwo. Okay, so, jetzt mache ich mir erst mal schnell ein Bettchen. Und dann können wir nämlich, ähm... Ich suche gerade meine Crafting Boys, aber die ist ja da. Jetzt habe ich gerade kein Holz mehr. Doch, habe ich noch. Besseres. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Shit. Ja, mache ich erst mal im Bett und dann... Oder kann man die mittlerweile nicht? Ich glaube nicht, dass man die schon stapeln kann. Okay, wir gehen erst mal schlafen. Und dann gucken wir mal... Was der Mon so bringt. Okay, burn jetzt hier erst mal um der Ritter. Ah, jetzt können wir auch erst mal gucken, was hier so gibt. Hm, okay. Hühnchen, okay. Ein paar Felder, okay. Okay, das Dorf ist nicht ganz so riesig. Aber es geht. Es ist okay, also... Hm? Ja, es... Es geht. Ist jetzt nicht so weltüberragend, aber... Oh, der ist voll hoch. Hä? Ach, ich kann hier nichts aufnehmen. Ist auch egal. Alter, die haben das Dach komplett ausgebaut. Dachten sich wahrscheinlich, hier kommt ein Creeper und dann fliegen sie in der Luft oder so. So, Workbench nehme ich mal noch mit und ein Haufen Bücher hier. Und dann passt sie. Schön. Schön, schön. So, muss da zeigen, kann man die Türen stapeln? Ja, sehr gut. Okay, hier ist jetzt nichts weiter, da ist ein bisschen Lava, ein Lava-Feld. Moment. Können wir mal noch kurz gucken gehen? Und dann... Bam. Okay, das war alles gemein, aber egal. Ähm, ist hier noch irgendwas? Nee. Na gut, dann setzen wir unsere Reis... Fuck. Ah! 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 Oh, jetzt aber... Blinke Füße hier. Fuck, ich meine genommen. Okay, das ist ein Zombie-Verheit. Wo ist das hin? Wo ist das hin? Die blöde Dämmsache. Oh, was ist da? Also Weizen. Okay. Ähm. Wo ist das hin? Das wartet hier bestimmt auf mich. Ob man es mir auf die Schnauze hauen kann. Was ist das? Ne, das ist ein Einwohner. Ah ja, ich springe jetzt hier vom Baum zu Baum. Wenn ich hier auch gar nicht mit diesen Idioten in Kontakt treten muss. So, mit meinem Skelett. Nicht den... Oh. Oh. Hallo. Okay, ne fette Schlucht. Apropos, äh, fette Schlucht. Ich glaub, äh, das Ding werden wir nie wieder für den Spawner. Ich hab mir die Stelle gar nicht markiert. Ist ja auch egal. Jetzt laufen hier schon drei oder vier Folgen rum und haben noch keinen schönen Schlafplatz gefunden. Hey, Esel. Wie kann ich dich denn... Okay, ich kann ich überhaupt nicht, äh, oder warte mal, kann ich... Kann ich dich hier locken mit Kartoffeln? Nee. Kann ich dich locken mit Weizen? Oh. Okay, jetzt frisst mein Weizen einfach weg. Ah, jetzt kann ich. Okay, leck mich am Arsch und blöde. Hey, ich hab'n allerbesten Freund. Okay, ich hab' jetzt... Fortschritte. Oder bist du da vorhin? Zähl mal ein Tier. Okay, das heißt, es müsste rein... Also, ich kann nichts machen damit, aber es müsste rein theoretisch mit mir mitkommen. Rein theoretisch. Ach, wo war... Ach, Mann. Dove Perspektive. Okay, gut. Er hat's mir nicht übergenommen. Aber hinterher kommt der Tutor auch nicht. Also, scheint er mich nicht so sehr zu mögen. Ach doch, Mann, der kommt wirklich ganz langsam hinterher. Wer soll. Oder vielleicht... Ich weiß es nicht. Ich lass' mich einfach überraschen. Entweder ist er das nächste Mal noch da oder nicht. Und wenn nicht, ist mir das auch egal. Ja. Okay, jetzt kommen wir langsam... Ah, hier sind Pferde. Jetzt kommen wir langsam schon eher in das Gebiet, was mir gefallen könnte. Aber ich bin da immer so'n bisschen anspruchsvoll. Ganz minimal. Okay, hier ist grad'n Gangbang-Bellenschaffen. Okay, hier ist ein bisschen sehr viel freie Fläche. Das ist wieder gut. Da muss ich kein Terraforming machen. Aber ist ja auch umschlecht. Ich kann mich hier nicht so... Aber warte mal, wenn ich jetzt hier anfange... Da ist hinten... Da ist überall Wald. Wenn ich anfange, hier vorne am Wasser zu bauen... Dachschafe. Dann könnte ich rein theoretisch... Eigentlich anfangen... Die komische Plattform hier abzubauen. Dann fang ich einfach an, hier ein Haus zu bauen. Ganz safe. Ganz easy. Ganz schnell. Und sobald's dunkel wird, ich werd' mich hier schon mal meine Baustelle einrichten. Zack, Bettchen. Dann, wo ist meine Crafting? Da ist meine Truhe. Da kann ich schon mal meinen Krempel reinpacken. Dann meine Werkbank. Dann brauch' ich noch meine Öfen. Bam, bam, und dann meine Kohle noch aufteilen. Zack. Jetzt kann ich hier nämlich erstmal den ganzen... Bam, 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 bam. Nee, die Facken brauch' ich noch. Jetzt kann ich hier den ganzen Schrott erstmal reinpacken. So, aber mal spitzer gebrauchen wir jetzt auch erstmal nicht. Das wäre aktuell, können wir nach unten packen. Und dann... Die Facken könnte ich noch gebrauchen. Genau so. Dann ist hier schon mal die Baustelle einrichtig. Ach, ich nur ne Facken? Nee. Äh, Schaufel. Hab' ich nicht. Schade. Wieso fehlt ihr denn jetzt hier? Mann. Ich hoffe, du stehst im Weg. Ich steh' alle im Weg, wenn's zu machen geht, aber... Bleibt mal alle ruhig hier, weil dann kann ich euch nämlich scheren. Oder Schorn. Schorn heißt man. Oder? Schorn? Schern? Irgendwieso. Ich find's einfach lustig mit dem Greenscreen, dass man einfach im Spiel drin ist. Also, sozusagen... Also, abgesehen von meinem kleinen schwarzen Rand da unten, aber... Guck, wenn ich jetzt die mit Handy ausleuchte, müsste der eigentlich... Soll das Handy lichten? Ja, guck mal, jetzt... Jetzt siehst du hier im Hintergrund den Greenscreen. Okay, jetzt hat gerade die Kamera übelst Probleme gehabt, mich wiederzufinden. Aber wenn ich jetzt die Ecke hier... Bisschen ausleuchte, ja... Jetzt ist er weg. Jetzt ist er da. Aber na gut. Das ist ja auch erstmal egal. Dann kann ich erstmal leben. Sondern du damit leben kannst, das ist auch okay. Minecraft, eigentlich will ich auch mal anderes Spiel spielen. Aber irgendwie, ich bleib immer bei diesem Kack-Spiel hängen. Ich weiß nicht warum. Ich glaube, das ist einfach so... So simpel und... Selten doof. Da kann man nichts verkehrt machen. Und man muss sich nicht die ganze Zeit konzentrieren. Man kann einfach quatschen und quatschen und quatschen und quatschen. Wollte ich nicht mal in den Raum geworfen haben. Einfach nur quatschen und... Scheiße. Und machen. Da müsste ich es euch hier gehauen. Ach man. Aber ich habe hier noch... Und einen Stein brauche ich noch. Bam, bam. Bam. Ne. Ah, Fuchs. Ne. So geht es natürlich, die Schaufel. So, jetzt können wir hier weitermachen. So, Schaufel, ihr bekommt ein neues Zuhause. Denke ich mal, in geraumer Zeit. Ich weiß aber nicht, ob die Fläche nicht einfach zu frei ist, aber... Aber ich glaube, die ist eigentlich ganz okay, die Fläche. Ich meine, wir haben hier ringsherum Bäume und ein riesengroßes, glückfreie Fläche. Aber ich glaube, wir machen da nichts verkehrt, wenn wir hier einfach anfangen zu bauen. Also, Erde haben wohl wie fast mal reichlich. Das sollte reichen. Und wenn nicht, dann... Keine Ahnung. Ich glaube, das Texture Pack, ähm... Das lasse ich jetzt drin und darauf werde ich auch aufbauen. Bei den Original-Meinkräften sieht sowieso irgendwie alles kacke aus. Deswegen nehme ich jetzt das Holz mit. Nehme mir gleich eine Tür mit. Ja, das brauchen wir noch. Eigentlich nichts, Alter. Man könnte jetzt lediglich... Das brauche ich eigentlich auch erstmal nicht. Aber man kann das Brot hier... Also, das Brot nervt erstmal im Inventar. So, jetzt können wir... Oh, jetzt wird es langsam duster. Kannst du nachts und während eines Gewitters schlafen. Okay, ich hoffe, das funktioniert. Funktioniert, bevor die Monsters bohren. Komm schon. Ah, jetzt okay. Sehr gut. Okay, also wenn wir immer schön schlafen gehen, bevor die Monsters bohren. Dann sind wir schon mal... Gut, safe dabei. Und dann soll das funktionieren. So, dann werde ich jetzt... Meine... Bauknister auspacken. Aber das mache ich in der nächsten Folge. Weil wir haben schon wieder die... 20 Minuten Marke geknackt. Das geht irgendwie gerade sehr rasant, glaube ich. Also, irgendwie kommt es mir so vor. Auf jeden Fall, vielen Dank fürs Zuschauen. Jetzt haue ich erstmal noch schnell den Tentenwisch auf die Schnauze. Und wenn dir das Video gefallen hat, lass ein Like da. Lass mir ein Abo da. Mach was auch immer du willst. Und wenn nicht, kriegst du einen Tentenbeutel ins Gesicht. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.